das der er die schweizer da kommen wir abends die schweizer Ich mache das Wallhack an. Genau, du darfst sicher gehen dann durch. Okay, ich kann anstoßen. Okay, geht schon. Jawohl. So weh. Jawohl. Jawohl. Den mache ich. Ich mache den. Ich mache den. Du kannst gar nichts. Ich würde lachen, wenn jetzt ein anderer hat, aber nicht. Oh jetzt. Hier, steh frei, steh frei, steh frei. Ich auch. Ich auch, Leute, frei hier. Kann er noch nicht. So. Oh, du. Hahahaha. Alter Schwede, aus nächster Linie. Der hat den Ball nicht rein. Mein Arsch mache ich den rein, Micha. Ich werde mich überwunden, wenn ich nur am Heu schnielt und dann... Der Hund schimpft über unser Spiel. Ich höre eigentlich nur Sniff, Sniff, Sniff. Hä, Hä, Hä. Hä, 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 Hä. Der schreit damit. Die Anhängerschaft. Fingershofft. War klar. War klar. Du konnte nix raus schon. Was am liebsten? Was am liebsten? War klar. Oooo. Ah, Blanca. Vielen Dank. Vielen Dank. Gott sei Dank, dass du schießt, das ist Gott sei Dank. Hat er gesagt, ja, schießen, zu schießen, glaube ich, hat er gesagt, nicht zu flanken. Ja, mach dir nichts draus, Basti, ich habe auch schon mal, ich mache ihn direkt mit Flanken rein verwechselt. Jawohl. Lauf am kurzen Fünfer, Basti. Ja, du bist voll dicht. Kommt. Geflankt schon. Ja, ja, so. Habe ich nicht, ich weiß. Sonst hätte ich ja. Ja. Schön, schön hinweg gestellt. Scheiße. So, Gegenrichtung wollte ich legen. Nein, wollte es ja nicht. Ich schwöre. Echt. Was? Passt. Jetzt hätte ich dreimal im Weg gestanden. Was mir aber gefällt ist, dass heute das erste Mal nach einem Turnier mehr Leute sind, wie wir zwar noch als Sphären-Tornier. Ich fühle mich besser. Ach. Das wär so ein Novum. Und? Ahd. Wahnsinn, ist voll da. Hallo. Hast du mich jetzt erschrocken, hey? Ich brauchst dich wieder. Ich brauchst du alles wieder. Lufthin 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 Uuuuuh Und das eh Snuf, snuf, snuf Lufth Lufthin 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 Ich bin raus getoppt worden Luffthin Lufthin éro SeHS Gro olvid und Habe ich jemanden der Schrein Joa, das war das erste Mal mal unser Spiel, wirkt ziemlich souverän im Moment, gegen die Schweizer, wir haben da jetzt ein Halbbrot dabei, gegen die Schweizer, wer hat es erfunden? Weiß echt mal unser Spiel, da des Teams. Spiel mir jetzt noch mal, wenn man das darf, wollt ich mir noch ein Bier oder nicht? Oh ja, oh ja, eins geht immer noch. Danke ein bisschen Gott. Was ist mit mir, Antrote, wer ist voll dicht oder was? Ich bin nicht dicht. Na. Zugestell. Dich, dich vom Mann. Ach so, ok, na jetzt lassen wir noch mal gehören. Jawohl, provoziert das Fall? Ja, ja, fallen lassen hast du dich. Das sterbende Schwein von. Doch, ja, alles nicht mehr. Was heißt das sterbende Schwein? Ich sterbe ja gar nicht. Sauber. Alles probiert. Ja, ja, das hast du mir 10 Sekunden überlegt, ob du dahinter bist. Sogar eine Grätsche hergeschenkt dafür. Scheiße, schon wieder unnötiger Grätschen hergeschenkt. Der eins lässt dich nicht überlisten. Ne, hier ist ja nicht Basti. Scheiße. 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 Der kommt ins Intro. Der Schuss. Das Tor vom Basti. Also, das Gegentor. Parade. So, fünfmal hintereinander. Bäm, 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 bäm. Hm. Und bäm. Hat ein schönes Tor bekommen. Wo? Ah, oben. Ja. 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 die hoferlachen mein Gott richten den Schuss nicht ab weil du nicht abgebrochen hast oh man Jens auch der Schuiz zu weit Bjerg nach dem Kommentar was sagt, tolle Flamme ja, der Kopf mal war schwach schade Oh, fast nach vorne gekippt im Sessel, bei der Grätsche. Alles im Sessel gefallen. Aber alles gut gegangen. Das Mikro hätte ich beinahe gefressen. Boah, Rutsch! Easy. Heinz? Ja. Jawohl. Vorsichtig fordern. Wer? Grüß Sie. Oh, da kriegt wieder einer Rotle. Ein Mann sieht er gut. Deathwish. Schöne. 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 Ich weiß nicht, ich will die Schöne. 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 bleibt sauber. Los. Nein. Wir wegen durch. Keine Ahnung mehr. Alter. Fickte der nicht. Wer war das? Das mit dem Sieg wird wohl eine längere Sache. Mit heute wird es nichts mehr. Heute wird es nichts mehr. Oh ja, oh ja. Heute wird Krieg. Nein, hier nicht, du Idiot. Wichser. Er ist unschlagbar, ja? So da richtig. Jetzt wo er Hosen an hat. Na, meine Leggings. Leggings außen. Nein. Oh, ich dachte schon. Passt schon eins. Wollte den Sieger zwingen, aber ging nicht. Oben. Grün. Obwohl ich den Snash habe ich gar nicht gesehen, dass er noch eine Reihe ist. Doch, aber eine Minute ist jetzt schon Sonntag. Das schweiz. Das schweiz. Das schweiz. Das schweiz. Doch, ist das Spiel nicht gewonnen. Ach, die kriegen ja kein Torwahl mehr rein. Was denkst du denn? Ja. Jawohl. Bei dem Goalie. Das ist ein Plus Eins. Crackheads. Crackheads, jawohl. Tee-Dohm. Jawohl. Heute wird mir mal in die Proliga wechseln. Ich weiß nicht, wie ich bin. Erst einmal hört am Abend, dass alle über 6-0 sind. Da kommen die Punkte schon wieder rein. Till dann oben hin. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's bis zum nächsten Mal. flavors notificationärer σου Lexus. analys